Ich finde es sehr wichtig, dass dieser Traunsteig zustande kommt. Dafür brauchen wir natürlich ganz viel Werbematerial und müssen viel Werbung machen und deshalb sind wir hier, um die Plakate zu machen, also um die Fahnen zu machen. Ich möchte hier, weil ich es wichtig finde, dass wir die gleichen Rechte als Frauen haben und dass wir jetzt am 14. Juni genug viel sind, dass man merkt, dass das endlich kommen soll. Und dann ist es wichtig, dass wir auch unsere Forderungen angehen können, so wie hier, schön gross zu zeigen, dass das alle nicht sehen können. Für uns ganz wichtig ist, dass am 14. Juni ganz viele Frauen streiken und zeigen, dass ganz viele Forderungen noch nicht umgesetzt sind. Ich bin einfach so ein Retergrund hier, weil es auch Spass macht, zusammen etwas auf die Bete zu stellen. Ich bin hier, weil ich finde es sehr wichtig, dass sich Frauen gemeinsam vereinigen und eine Solidarität miteinander haben, um für die Forderungen einzustapeln. Ich denke, dass dieses Event hier ein sehr guter Ort für einen Austausch miteinander und auch für die Forderungen zu visualisieren. Ich denke, dass wir die Gleichberechtigung von allen Geschlechtsleiter in der Schweiz noch nicht voll erreicht sind. Und man muss handeln und kämpfen und diskutieren über diese Dinge. Und wir sind hierher gekommen, dass wir auch andere Frauen und Leute treffen können, die zu jedem denken wie wir, dass wir uns hier zusammen tun und zusammen etwas machen.